So, herzlich willkommen zurück bei der neuesten Pariser Mode. Heute stellen wir vor, das soll futuristisch sein. Es kommt mir wirklich so vor wie in Star Trek Online gab es das zum Beispiel. Diese Diplomatenanzüge, dieses Star Trek Diplomatenanzüge, genau so sieht das aus. Hallo, ich bin hier. Roggen Sie den Salat. Hallo, guten Tag. Tag, Krüger. Oh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ähm. Ähm. Hallo. Hallo. Oh, ich bin, ich komme nochmal. Ich habe aus Versehen, glaube ich, ich dachte, ich muss das drücken. Ich laufe auf Wasser. Ich laufe wirklich auf Wasser, wenn die hier ausrutschen. Ja, hallo. Krüger mein Name. Helmut Krüger. Wirklich, wirklich. Und dafür bekommt er wahrscheinlich Millionen. Millionen bekommt er da. Als Stargast darf ich mich wahrscheinlich auch überall... Noch ein Küchenmesser. Ja, ja, ich bin schon weg. Ich muss wahrscheinlich da hoch. Guten Tag. Ich bin das da. Helmut Krüger. Wow. Hallo, Herr Krüger. Ja, kein Problem. Als Kellner untertauchen. Nein, ich will doch gar nichts machen hier. Bleib doch mal ganz flockig. Alles klar, Herr Kommissar. Ich schlurfe hier mit meinem Handy. Guten Abend. Was? Ja, irgendeine... Ja, nee, ich brauche keine. Ich bin, ich bin total cool. Oh, das ist Margolis. Macht er mir jetzt die Tür auf? Nee, der patrouilliert. Ja, ich bin total. Jetzt, ich will, dass du in New York gehen kannst. Seid ihr Jessica und... Und mach das, was du bestest machst. Die Frau ist brillant, jung, schön. Sie sollten direkt auf deine Reise. Und zwar ist sie nicht die Mark. Meine, du hast schnell gehst. Nein, das wäre... Ah, das ist... Ah, das ist die Frage, aber das ist die Frage, was du schon mal passiert. Sie, ihr Vater, CEO, John Highmore. Jessica ist dein Weg in. Befreundet ihn, bekommst ihn. Highmore Consulting ist... Ich planze einen Verbesser. Ich will wissen, mit wem und an welchem Preis. Okay. Bekommst du es dann. Das ist für dich. Ich behalte es dir an alle Zeiten. Letzteresort. Cyanide. Gut, Charles. Wir haben Probleme. Gut, 47. Viktor Novikov ist die nächste. Was? Ich habe ihr das Auge aufgeschlitzt, oder was? Mehr als erwartet. Kann ich hier durchgucken? Nein. Es gab ein Problem. Und ich habe jetzt Cyanide bekommen. Ich setze mich einfach nochmal hin. Sie ist mal kurz rausgegangen. Sie hat ihre Tage. Wo ist denn der feine Herr hin? Hallo? Nein. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Äh, ich gehe da raus. Sehe ich nach Blut aus? Nein. Der Kerl ist gut. Aha. Also ich kann den ganzen Laden überfluten. Warum auch immer. Wiederschauen. Wo muss ich hin? Hm. Warte, ich habe doch dann noch eine Gelegenheit gehabt. Zeit, wenn es so wurde verpasst. Ich schreibe nach Eimer. Na, es ist ein Vergleich zu einem unbekannter Cocktail namens Bark Noob Boxer. Normalerweise hat jemand das Rezept im Keller vergessen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Das ist so. Das ist so. Das wissen wir nicht. Komprimiert. Hat man wahrscheinlich eine Waffe gefunden, hm? Oder eine Leiche. Techniker. Die hier ist blöd. Was ist denn das? Was ist denn das? Gewinde lösen. Mit Gewinde lösen. Gewinde lösen. Na egal. Da hinten. Ich bin im richtigen Stockwerk. Ich bin im richtigen Stockwerk. So mache ich das nochmal. Hallo, ich bin der Hauptdarsteller. Oh, da ist er doch. Was machen wir mit dir? Oh Gott, nein, ich bin... oh Gott. Der hat seine eigenen Bodyguards? Helmut, komm hier, wenn du mir diese buchten Augenbrauen fixierst. Du fühlst es? Es ist elektrisch. Ich sage, wir sind bereit, zu machen. Wer ist mit meiner Dramatik? Sorry, Sir. Ja, du, 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 du bist auf. Hm, was machen wir? Ach, das ist ja ein Modell. Kann ich das irgendwie anmachen? So verlor Frankreich 1871 den Krieg gegen Deutschland. Was mache ich denn? Ich finde mal mal über Decker heraus. Mal gucken, was er jetzt so quatscht. Decker. Helmut Krueger. Wow, du bist süß. Wie eine... schöne Mädchen. Geheime Geschäfte. Gibt es eine neue Marke? Ist er einfach vorbei? Anscheinend, ja. Okay. Oh, ich mach doch das hier. Da hinten. Da hinten. Da hinten, da unten. Darf ich denn bei den Kellnern hin als Helmut Krueger? Die quatschen da immer noch. Hm. Hm. es fragte sich auch gar nicht warum der Prozent Hauptdarsteller der ganzen Sache jetzt bei dem Kunden ist in ihrer er trosselt so untertauchen Lalalala 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 Okay Arbeit erledigt ich bin ja Franzose ne ich arbeite nicht so lange und viel oder überhaupt Guten Tag der Koch jetzt muss ich da hoch jetzt habe ich eigentlich einen Barcode auf dem Hinterkopf Leute haben komische Tattoos so vom das geht nur in Frankreich vom Millionär zum Tellerwäscher wieso Rattengift ok speichern speichern hallo gut ich sag nicht das sind das sind zwei Zutaten in dem Ding und ach das Ding das war speziell das war speziell ihr wollt mich da verarschen ja tödlis Gift ähm da ist er da ist er da ist er Wieso? Did your momma teach you manners? I'm getting drunk the second my shift's over. You say what? Watch your step, clown. Whoa. What are you blind? Pfft! Pfff! Komm! Both targets are down, great work. Now head towards an exit. I need help! Somebody help me! Please, somebody help me! Hey, hey, you've been in an accident, okay? Oh, I'm so glad they haven't come here. I think someone will be here soon, okay? I know, it's terrible. Ne, ich bin ganz cool. Die gucken, guck, guck dir mal hier vorne. No, it doesn't smell yet. Do you think they decomposen like five? I've never seen a dead person before. Henry, you need to get a little closer. Hey, what? That's a lot, you know what I mean? Look, I need to get out of here. I'll talk later, darling. Oliver? Oliver, is that you? Yeah. I don't know, it's not you, is it? Because it wasn't funny the first time either. What's your step, dick? Na, Sicherheit? Na, Sicherheit? Hey. You know what? Go get yourself late or something. I'm going home. With a bottle of booze and a couple of booze. What the hell? Jeez. What the? Hey, Bozo, watch where you're going. Well, it's been really nice talking to you. What the? Huh. You, you don't want to know. Woah! What? What? What's to eat? Please, please, don't ask. aha 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 der wird jetzt jetzt im ernst dieser besondere Kerl der wird jetzt einfach da hingelegt ich kann nicht mit dem Helikopter abhauen ich kann mit dem Helikopter abhauen Mist ich kann nicht mit dem Helikopter abhauen wartet mal letzte Herausforderung mit dem Helikopter abhauen warum ist der Kellner hier beim Helikopter komm ich hau einfach mal mit dem Helikopter ab filmreif wie war Moskau Kamurov ist gone ich set ihn up als Langley spy es ist quite the scandal at the FSB his death will not be investigated your turn very well the secrets of the global elite five years of work everything we've collected this thing makes wikileaks look like a gossip rag the pen beats the sword, huh I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen smile smile Victor your reputation is safe now run along I'm sure you have pretty dresses to attend to Victor good luck with the show I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for definitive okay okay ganz gut nicht war nicht zieltötung habe ich keine das war in der ersten Versuch nicht so okay ich mache dann aber jetzt war Schluss ich danke fürs danke fürs zusehen danke fürs zusehen ja ciao 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 Vielen Dank.